Hallo Herr Daum, ich bin Cosma Heckel von den Rovernauts und befinde mich gerade in der Weltraumhalle ihres Museums. Direkt vor der Apollo Landefähre und dem Rover. Wie wäre es, wenn wir unseren Hollywood Star Warrior genau daneben stellen? Und wenn wir gleich bei dem Thema Rover sind, wissen Sie doch bestimmt, dass wir bei der NASA Rover Challenge jährlich angetreten sind. Mittlerweile möchten wir unseren eigenen Contest hier in Europa aufstellen. Möchten Sie uns dabei helfen? Hier unten ist meine Himmeladresse. Mein Team und ich freuen sich auf Ihre Antwort. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.